Musik Neuer Rekord bei Wirtschaft macht Schule. Das Unternehmen Marquet in Rastatt hat nicht nur mit einer Schule, sondern gleich mit ganzen 26 Schulen des Landkreises Rastatt einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Ein ganz besonderer Meilenstein für die Initiative der IHK Karlsruhe. Also ganz besonders war natürlich die Anzahl. Wir hatten noch nie eine Kooperationsunterzeichnung von einem Unternehmen mit 26 Schulen, und zwar Schulen, Berufsschulen, Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen. Da war alles dabei und wir sind sehr froh und glücklich, dass die Schulen sich mit so einem tollen Unternehmen und einem technologisch hochwertigen Unternehmen wie Marquet zusammentun und eine Kooperation bilden, um den Schülern eben in Praktikas Möglichkeit zu bieten, hier Einblick in die Berufswelt zu bekommen. In dem Praktika lernen die Schüler nicht nur das Unternehmen und seine möglichen Ausbildungsberufe kennen, sondern auch Schlüsselqualifikationen, die für das spätere Berufsleben sehr wichtig sind. Auch leitender Kreisrechtsdirektor Kasper Müller zeigt seine Begeisterung für das Projekt Wirtschaft macht Schule. Ich halte diese Zusammenarbeit für sehr wichtig, weil durch diese Kooperation unsere Schüler jetzt die Möglichkeit haben, Einblicke in den Berufsalltag eben auch zu bekommen, auch Erfahrungen zu machen, wie wichtig andere Dinge sind, wie zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz. Diese Dinge spielen ja im Berufsleben eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben ja einen sehr großen Fachkräftemangel hier bei uns im Land und da können wir uns es nicht erlauben, dass auch nur irgendeiner durch den Rost fällt und uns verloren geht. Es ist also ganz wichtig auch für unsere Wirtschaftsregion, dass möglichst viele Schüler auch bei uns hier adäquate Arbeitsplätze finden können. Mit der Urkundenübergabe ist der erste Schritt in die Berufsförderung der Schüler getan. Jetzt liegt es an der richtigen Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen. Ausbildungsleiter der Firma Marquet erhofft sich so einiges von der Kooperation. Ich erhoffe mir in der Form, dass wir, wie gesagt, das vorleben und dass es auch Spaß macht. Und Spaß macht es nur, wenn wir zusammen kooperieren. Ich habe vorhin mal so einen Wort gebraucht bzw. einen Spruch. Es gibt das duale System, das für uns sehr wichtig ist. Und wenn die Eltern, die Kinder, also sprich die angehenden Auszubildenden, alle Schulen, sprich mit Berufsschulen. Und wenn die IHK und wir alle zusammenstellen, ist es nicht mehr dual, dann ist es optimal. Und das ist für mich einfach motivierend. Es muss Spaß und Freude machen, weil man arbeitet ja schließlich ein Leben lang. Mit ganzen 26 Schulen hat das Unternehmen Marquet nun alle Hände voll zu tun. Und mit viel Engagement von allen Beteiligten steht den Schülern ein positiver Start in die Berufswelt bevor. Vielen Dank. Vielen Dank.